Jetzt no joke, auf jedem Handy von Samsung ist ein Bild von diesem Chihuahua, obwohl du das nie fotografiert hast. Samsung-Handys haben so einen speziellen Testmodus. Du gehst einfach in die Telefon-App, dann zum Ziffernfeld und gibst diesen Code hier ein. Sternraute, Nullsternraute. Und ja, die einen sagen Raute, die anderen sagen Kreuz oder Häschen. Jetzt geht instant dieses Menü hier aus. Du kannst im Prinzip alles, was das Handy kann, überprüfen, ob es noch funktioniert. Zum Beispiel, ob die RGB-Farben bei jedem Pixel auf dem Display noch funktionieren. Ob bei die Lautsprecher, die das Handy hat, in Ordnung sind. Ob dein Touchscreen an allen Stellen funktioniert, ob deine Frontkamera in Ordnung ist und ob alle Sensoren arbeiten. Und genau hier wird's witzig. Hier oben ist ein kleiner Knopf, Image-Tab. Klickst du da drauf, erscheint tatsächlich ein Bild von einem Chihuahua. Und zwar egal bei welchem Modell von Samsung. Warum das so ist, kann wahrscheinlich nur Samsung selbst sagen. Es gibt auf jeden Fall aus meiner Sicht keinen sinnvollen Grund für genau diesen Hund. Schaut man aber im Internet, gibt's den wohl schon ewig. Seit 2012 haben sich Leute gefragt, warum dieser Chihuahua auf dem Handy ist, vor über 10 Jahren.